Herzlich Willkommen zurück, ne neue Session Rainbow Six mit dem Sachsen, der irgendwie mit so einer Flasche rumnuckelt, Kapitänze, Tundran und Daleks. Hallo. Wollen wir mal ein Stück trinken. Ist denn schon wieder so weit? Für wieder Rainbow-Zeit. Sachsen, der Alkohol ist nach der Aufnahme. Das ist wieder dein selbst gemischtes Zeug da, dein illegal angebautes. Sachsen hat die Badewanne ja umgebaut. Sachsen macht den Schnaps. Deswegen muss der auch aussehen auf der alten Wohnung, weil jeder sich beschwert, dass er nach Alkohol riecht. Es riecht immer nach Alkohol im Treppenhaus. Das Haus hatte genug andere Probleme. Sachsen ist wieder am Braun. Gut, dass es hier sowieso keiner guckt, weißt du, das weiß es keiner. Dann kommt so eine Fahne. Wer guckt schon Rainbow, weiß eh keiner, ist alles gut. Sachsen. Ja, auch nur Spaß. Das ist ein Geheimnis. Wir wissen, dass das keiner anguckt. Nö, wir weinen. Ich bin harte Drogen. Ist es blau? Die Regenbogen 6. Oben oder unten? Winter Chalet. Oben. Hier oben, Bettraum. Ist aber ein Gemma. Mit dem Jacuzzi? Yes. Da wo die Badewanne ist von Sachse. Da wo die illegalen Sachen dran werden. Vorsicht. Nein. Guten Tag. Ja. 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 Hab ich gesehen, ich will grad sagen. Na dann nicht, er hat ne Maske auf. Ih, mich verfolgt einer. Hallo, wieso seh ich den Virgil? Das weiß ich Virgil. Ich hab keinen Mute. Irgendwas schießt rechts von uns. Da ist ein Fenster offen. Wo ist das Fenster offen? Da hat einer gegengeschossen. Ja, von innen oder von außen? Ich glaube ja, einer von uns. Ja, das ist von außen, ja. Oh. Wo ist das Geräusch hier? Auf jeden Fall seid ihr da auf jeden Fall falsch. Immer richtig. Ja, du bist so. Da ist jetzt auch gegangen. Bei mir ging er auf. Bei mir ging er auf. Ja, da ist einer hinter. Da ist einer hinter. Siehst du? Ja, hab ihn gesehen. Oh. Ich frag mich nur, wenn er rüber geht. Wenn wir wenigstens einen fischen könnten. Ja. Probier. Ich versuch gerade. Alex, du schießt da gerade auf. Du kannst halt leider nicht hier hochklettern ohne ne Smoke oder so. Hast du alleine ne Smoke? Hab auch einen. Mitnehmen können. Ich hab einen im Raum. Da ist auf. Sachse, hast du ne Smoke? Ne. Nur Blend. Hier ist jetzt auf. Aber ich komm mal jetzt von der anderen Seite. Sachse, kannst du ne Flash ins Fenster werfen? Ach shit. Ne. Ich glaub der Sachse ist tot. Ja, das ist in der Tat. Sachse redet nicht. Ach hinter mir. Der ist direkt da oben drin. Ich muss mal die Smokes mitnehmen. Ja. Der Fußspuren. Ich scanne mal Fußspuren. Ich scanne mal Fußspuren. Er war auf jeden. Da hat er von da aus. Haben wir einmal Fußspuren bei uns? Oder er war von der anderen Treppe. Gibt's nicht. Ne. Ne. Gibt's nicht. Ich hab noch. Das sind zwei Fußspuren. Zwei Minuten. Das geht dann bei Kundran ab. Ein? Ach ne. Kundran, geradeaus wo ich liege. Also wenn du geradeaus guckst. Da links. Da auf der Treppe. Da hinten kommt ja noch eine Treppe. Da war einer. Und da hat er mich erschossen. Sachse, von wo wurdest du denn genau erschossen eigentlich? Ne. Da wo ich liege. Hinten. Also da wo jetzt Kundran ist. Hinten halt. Da war der auf der Treppe. Das war kahle Wände durch. Nein. Das lebt auch noch. Wer sein können. Einer ist links ins Bad. Achtung. Der Schieß kommt doch nicht in den Rücken. Boah. Das sind viele Fußspuren. Hab einen. Hab noch einen. Schön letzter. Auf der Treppe. Hab ich ihn gleich nicht. Ich dachte bei mir nicht. Wo war der? Dann fällt der um. Auf der Treppe. Oh. Immer noch auf der Treppe kaputt. Ich sehe nicht. Ich sehe leider nicht. Ich sehe leider nicht. Hilf mal. Links die Treppe. Da? Links jetzt noch? Ja. Ja. Da ist die Treppe. Du hast die Bombe leider kaputt. Ja. Ich weiß nicht. Durch den Raum. Ne. Andersrum. Da rechts. Oh shit. Oh shit. I don't give a shit. Ist mir nämlich wurscht, weil ich auf Stahl bin. Ich bin aus Stahleisen. Bären. Stahleisen. Walküren. Stahleck. Fuck hier. Ist doch da. Ich steck da. Das Loch in der Wand. Dort. Dort soll ich hier safe sein, oder? Glücklich. Alex? Weiß ich nicht. Ich sehe dich nicht. Er läuft. Er kommt da. Alex links. Von rechts oder links? Nein. Du bist nur kurz richtig. Er ist gar nicht an meiner Kamera vorbei gelaufen. Oder an deiner. Die liegt doch da, ne? Also hier. Ja. Genau das ist er. Er kommt gleich Kapuze von dir links. Ja. Ich bin mal auf Zeit, Alex. Genau. Ich habe einen Teamkill gemacht. Glückwünsch. Du warst am Boden schon, ne? Ja. Und deswegen bin ich so schnell gestorben. Du wärst ein Gegner, der gedaunt ist nur. Aber ist ja nicht so schlimm. So. Ich bin froh, dass ich das nicht verhaut habe. Seriously. Ich bin immer so all eyes on me da. Alex hat auch noch gelebt. Waren nicht alle. Eben. Deswegen habe ich mich nicht so schlecht gefühlt. Und immer noch alleine wäre schrecklich gewesen. Ich war froh, dass du Alex da war. Ich bin einfach froh, ich bin immer da, wenn du alleine bist. Das wäre echt schön, Alex. Ja, ne? Der würde mich immer freuen. So ein Happy Vieh. Ja. Man kann anscheinend in der Option besseres Objective Gadget Placement einstellen. Habe ich in den Kommentaren gelesen. Machst du es nicht an? Das gab es aber doch noch nicht von Anfang an, oder? Da gibt es schon immer. Du musst gedrückt halten beim Gadget dann und kannst es sofort loslassen und dann bricht das sofort ab. Das ist für Blitz ganz wichtig eigentlich. Ich dachte, das zeigt einem an, wo man es hinsetzt. Ich dachte, das zeigt einem an, wo man es hinsetzt. Ne, ne. Du kannst es nur abbrechen. Irgendwelche Wünsche für Wände? Nö. Nö. Kannst du ihn dazu machen, würdest du? Ja. Wo? Achso. Ja, hier und links auch noch davon. Kann man ich dann nehmen? Achso. Wir müssen oben mit deffen, ne? Stimmt. Können schon zu spät sein, oder? Nö. 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 Ah, wohl. Scheiße, ja. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall schon was. Sind im... Ostkirchen, oder? Das ist vorne, glaube ich. Ne, doch nicht. In Ordnung. Wo ist das Fenster aufgegangen? Haben wir nicht... Ich habe es nicht gehört. Äh, im anderen Ort. Oh, scheiße. Wer hat mir komplett zugemacht? Da wurde nicht zugemacht, ja. Komplett. Ich habe nur eine Wand zugemacht, damit ich mich in einem Tresel verstecken konnte. Ich muss hier ein Ding reinmachen, Kapuze, damit du reingucken kannst in den Raum. Okay. Notfalls mach es auf. Du machst hinter mir. Oben ist auf. Äh, also, wo soll ich jetzt schauen? Also, okay. Da. Weil ich habe Angst, dass man in meinen Rücken schaut. Ich habe Angst, dass man... Ja, duck dich doch einfach. Ja, oder? Siehst du nicht, ne? Sehe ich ja nicht durch, ne? Aber ich sag's dir an. Ist okay. Ich sag einfach ducken. Äh, ja. Okay. What? Ach, ne. Über uns sind welche? Oh, scheiße. Der Topper. Ja. Der ist auch noch zu. Der ist auch noch zu. War halt auch schon ewig weg. Einer oben down. Wenn ihr noch Infos habt, sagt gerne Bescheid. Über uns im Raum. Welcher Raum? Da wo ich irgendwo beim Bett... Ich werde hier nicht mehr gedeckt, ne? Naja, nicht mehr so. Ich guck da schon hin. Ja, aber ich bin zuerst tot. Weil ich weiter rechts bin. Ja, genau. Das Problem ist halt, da war halt eher noch ein Tier. Wo? Da ist einer. Der sieht eigentlich die Kamera eh. Jo. Hier könnte... Ist jetzt ein Scanasist? Hier könnte einer sein. Äh, da ist auch einer. Ich werde getra... Moment, ne. Ich werde nur entdeckt. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Ja gut, das Helden aber schon mal abzugucken. Ja, ja. Ähm, bei A kommt jetzt einer rein. Ist einer vom Fenster. Macht jetzt auf. Mach notfalls auch das Fenster kaputt. Das ist der mit dem Schild. Das ist der mit dem Schild. Ich kann... Jetzt! Du musst das Fenster vorher öffnen. Ja, wollte ich. Aber hat er irgendwie nicht gemacht. Hab ihn. Vielleicht zwei, zwei sind da drin. HAL! Ich hab ihn und... ...wiedergeziehen. Killed. Okay. Ihr könnt einfach defusen. Nein, er ist tot. Ich hab ihn nicht defusen. Ach stimmt. Sorry, Darlow. Ich dachte nämlich, da steht einer. Das ist eine Gefahr. Der muss weg. Oh, shit. Ich hab minus 100. Stopp! Sorry, Darlow. Du warst schon tot, ja? Du hältst mich auf. Du warst schon tot. Aber ich dachte, da steht einer so und der muss weg. Du warst schon verloren. Die Reflexe waren gut. Aber... ...die Umsetzung für mich. Ich find das gut, Geister. Ja, da geb ich euch recht. Aber ich bin ja jetzt... Der Schakal und der Alex hat schon ein paar Jahre hinter sich so wie Arsch hat, ne? Naja, ich hab schon 30 Kinder. Zwisch aus dem Mitteljahr. Und... Sind das graue Haare, Herr Alexander? Bei ihrer... Das sind keine... Das ist gefärbt. Also es ist gefärbt. Ja. Versteh. Da spricht die Weisheit. So. Lasst euch nicht erwischen, meine Buben. Ist schon mal erforscht worden, warum Frauen keine Glatze kriegen? Ah, ja. Perrücken. Meinst du, die haben alle Perrücken auf die? Das ist einfach nie erforscht worden. Das darf einfach nicht gesagt werden. Das ist einfach Perrücken. Die kriegst du, wenn du... Holy shit, wie geil ist das bei mir denn aus? Wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, wird die die vom Staat zugeschickt. Für die Omis. Ah, deswegen haben die Omis alle den gleichen Haarschnitt. Zu deinem 18. Geburtstag kriegst du vor dem Staat so einen Brief, wo du ausfüllen musst. Und die wird dir dann Maßgesteuer rein. Und jedes Jahr kriegst du eine neue, weil die Haare werden immer grauer auch. Achtung, das Mirror Fenster im A-Raum ist rechts daneben nicht, ne links daneben nicht verstärkt. Das heißt, sie macht das, was man macht. Das ist doch klar. So wie Kapuze. Meine Main Weapon ist schneller als meine Main Weapon. Ist das doof? Oh, da kann man reinhören. Naja, von der anderen Seite, naja. Sehr interessant hier. Oh shit, da hat auf mich geschossen, glaube ich. Ja, hier ist alles auf. Könnte auf der Treppe nach oben oder nach unten sein. Ja, ne, unten ist es einfach. Angeschossen? Der stieß doch mit einer Schotty oder ist das die Bolt? Ja, ist gedown, gedown, gedown. Fast Alex. Erschossen. Haben wir den nächsten Teamkill gehabt. Ab ihn. Moment, da muss doch noch ein zweiter sein, der den versucht dort aufzuheben, oder? Rechts neben, war ihr das? Ober mir, ober mir, ober mir. Ne, das war ober mir, glaube ich gerade. Ja, steht da an der Ecke. Oben ist noch einer down? Läuft. Was war aber nicht der, den ich markiert? Ne, das war ein anderer. Oben war lustiger. Hab noch einen. Ist er aber oben, oder? Habt ihr rechts den, ähm, Hab noch einen. Ja, und jetzt der letzte Mal oben dann. Hast du nicht gerade oben zwei gekillt? Ne, ich hab hier vorne. Natascha. Dann hab ich zwei gekillt. Okay. Ah, er ist hinten. Er ist schon auf der Treppe. Er ist schon hinten zwischen den beiden Bombenplätzen auf der Treppe. Ihr könnt reintausch bei B liegen. Wenn du ganz links lang leuchst. Wenn du ganz links lang leuchst. Achso, ich hab, ich hab bei links. Ja, ja, leg bei B. Auf jeden Fall. Da muss er auf jeden Fall den Kunern vorbei. Was schafft der? Der war in der Kapuze. Vorsicht. Was schafft der? Er ist immer noch auf der Treppe oben. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Ne, ist oben, ist oben. Achso, ja gut. Das habt ihr eh gemeint. Er wird wahrscheinlich hinter euch runterspringen. Er kann über einen Tropo runter. Scheiße, sorry Kunern. Ach. Er ist runtergesprungen. Links von die Alex. Da, ja. Ich kann anscheinend nicht so weit werfen mit der Frau. Die hat sehr schwache Arme. Oh, Kunern da. Der ruht sich erstmal auf. Außen. Ja. Da kommt ja irgendwo die Flash. Hätte ich ihn da gesehen, hätte ich ihn mit Sicherheit mit dem Schütz machen können, aber so. Markellos. Er ist halt sehr schwach auf den Arm anscheinend. Wie mein Gesicht. Da war ich einfach nie blind. Glass hat das Ding gemacht mit nur einem Auge. Ja. Ganz easy, Leute. Weißt du, was euch gefallen hat? Das hat er gar nichts gesehen. Lasst den Like, es schon mal vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Rainbow wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.